Erdo, oh, oh! Erdo, oh, oh! Erdo, oh, oh! Wow, 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 wow! Mutti in Türkei. Schöne Bilder eins, zwei, drei! Mutti sagt geiles Show, hier im Flüchtlingsstreichelzoo, yeah! Zur Pressefreiheit kommt von ihr nichts als Rumgesäher. Friede, Freude, Kuchen, denn sie hat… Kein Eier! Der Mini-Sultan sperrt alle kritischen Journalisten ein. Macht nix. Und ausländische Reporter kriegen Einreiseverbot. Macht nix. Die Türkei hat offenbar Landsleute in den Niederlanden dazu aufgefordert, alle beleidigenden Äußerungen gegen Staatspräsident Erdogan den türkischen Behörden zu melden. Stopp! Hammerzeit! Der Erdogan hat nen Vogel, den hat er stets dabei. Entschuldigung, ich nehm's zurück, es sind natürlich zwei. Und dem wirft sie sich an den Hals, Kritik an ihm, vergiss es. Sie kriecht ihm weiter in den Arsch und grinst dazu. So ist es. Wer gegen den Typen wurde wegen Korruption ermittelt? Macht nix. Und er hat alle Ermittler einfach gefeuert? Macht nix. Und wer in Diktatoren entkommt 14 Monate in den Knast? Macht nix. Und er verklagt sogar Schüler wegen Beleidigung? Macht nix.